Hallo, ich bin Jens Henrik Jensen. Ich freue mich sehr, hier auf der Frankfurter Buchmesse zu sein. Und ja, ich habe niemals geträumt, dass ich so eine fabelhafte Ochsenpräsentation erleben kann. Ich freue mich sehr viel, dass Ochsen jetzt Nummer 4 auf der Spiegelbestsellerliste ist. Und ja, viel Spaß beim Messe.